so hallo ich begrüße euch zurück auf meinem pc wo wir chapter 1 komplettiert haben allerdings möchte ich jetzt noch mal zu chapter 1 reingehen und ich erzähle euch ganz kurz warum ich jetzt hier wieder im pc bin das ding ist folgendes auf der switch müsste ich jetzt ja wenn ich eine vollständige file haben will für 1 und 2 wieder bei 1 anfangen das hätte ich am pc auch gemusst weil eigentlich hatte ich meine save file schon nicht mehr so scheinbar ist es aber so dass ich ein backup hatte also was heißt scheinbar es ist so ich hatte ein backup und dieses backup habe ich mal ein bisschen durchfüllt und da habe ich tatsächlich gefunden dass ich auch die die app data back up hatte und da sind die save files von delta und ich will nicht nein will ich nicht und deswegen sind wir jetzt wieder in chapter 1 allerdings scheinbar an einem punkt an dem wir noch nicht den endboss gemacht haben wenn ich das richtig sehe ich meine der ist schnell erledigt sollte kein problem sein aber wir sind auf jeden fall an einem punkt ich kann ich krieg die steuerung nicht hin wir sind auf jeden fall an einem punkt an dem ich habe das heißt wir haben hier travel besiegt offenbar was schon mal gut ist weil dann jetzt lass mich ich will doch nur zurück so weil dann können wir hier denke ich recht fix durch kommen gibt es hier bis nach oben nein ich will nicht auch mein gott lass mich nein lass mich in ruhe ich will das nicht drücken will wieder so weit ich hoffe ich habe schon bis nach oben gespielt und wir müssen nur ja das sieht doch ganz gut aus den finalen boss jetzt noch mal machen das sollte ja recht fix gehen stopp eine sache will ich noch aha aha momentos eine sache will ich noch machen. Ich habe was, ich habe ein Video gesehen von einem äh, sogenannten Garster Easter Egg oder Garster Egg oder was das ist. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Das gibt es nämlich auch in Deltarun 2. Da weiß ich mittlerweile auch, wo es ist. Das habe ich auch im Video gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man auf sowas kommen soll. Also literally weiß ich es nicht. So, ich muss hier durch. Äh, und zwar nach Ach, du Schande, Forest. So, und hier? Da wollte ich nicht rein. Kann die dann schon sparen? Zu lange her. Zu lange her. Ach, ich hab hier ja gar kein Soeect-Balken jetzt. Kann sie jetzt sparen? Ach, Forest, ups. Das hab ich nicht ver... Oh, das hab ich ver... Ja. Das hab ich nicht verstanden. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Ähm. Ist das... Ach, nee. Bin ich hier richtig? Oh, my goodness. Ich will nicht... Oh, come on. Nein, jetzt hab ich angegriffen. Pfff. So, jetzt können wir beides wegsperren. Zack, zack. Ja, weil sie macht Quatsch. So. Wiedersehen. Okay, ich glaube, ich glaube, es ist der Weg. Ja. Wir müssen dahin kommen, wo so ein Schild steht. Ja, ist wurscht. Ja, ist wurscht. Nee. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ach, komm, ey. Ja. Ich glaube, ich hätte sie anders vom anderen Weg... Ich hätte... Wo ist das denn? Oh, come on. Ich glaube, ich hätte wirklich den anderen Weg gehen. Also, von der anderen Seite kommen sollen. Ja. Ist ja gut. So, mein Ziel ist jedenfalls... Ich hab's noch gar nicht gesagt. Äh, mein Ziel ist jedenfalls eine vollständige Safe-File zu bekommen. Das heißt, äh, wir spielen dann Chapter 2 nochmal. Allerdings dann im Schnelldurchlauf. Das sollte ja eigentlich ganz gut funktionieren. Und ja. Dabei dürfte ich mich nochmal begleiten oder halt auch nicht. Spielen muss ich so oder so. Also, könnt ihr auch zuschauen. So, dabei kann ich dann auch ein paar Sachen erzählen und ein paar neue... Hier ist das Schild. So. Da steht nämlich drauf... Ah, nee, das ist was anderes. Okay, dann... Dann hat man... Bekommt man gar keinen Hinweis. Man muss hier nämlich hin und her wechseln. Und irgendwann... Landet man in einem anderen Raum. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, diesen Raum zu bekommen? Genau so was musst du nämlich in Delta Rune auch machen. Oh, mein Gott, da ist er. Okay, gut. Sehr schön. Genau. He is behind the tree. Well, there is a man here. He offered you something. Yes. You received an egg. Well, there is not a man here. Gut. Gut. Haben wir das gesehen. Sehr schön. So, wie komme ich jetzt am schnellsten? Ah. Hier wäre genau eine Tür gewesen. Ja, moin. Das habe ich ja super gemacht. Gut, aber ist egal. So. Haben wir das geklärt? Gut, prima. Habe ich es jetzt auch aufgenommen? Moment. OBS. Jetzt muss ich wieder OBS aufnehmen. Ja, passt. Okay, gut. Gut, 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 gut. So, dann. Ah, Bake Sale hätte ich gehen müssen. Alles klar. Ja, das wusste ich nicht mehr. Ist zu lange her. So, dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Machen den Endkampf fertig. Und ich möchte, wie gesagt, mich dann in das Stadtmeer umgucken. Weil das ist genau das, was wir damals, glaube ich, verpeilt haben. Dass ich da in der Stadt, also wir ist gut, ne? Ich halt. Dass ich da in der Stadt nicht genug gemacht habe. Wie zum Beispiel, ich weiß, dass mir Sans seine Telefonnummer geben kann. So. Also den Endkampf sollte ich, glaube ich, schaffen, ohne großartiges Geduld. Denkse jetzt. Das dürfte nicht das Problem sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und man müsste ja eigentlich, so, es gab ja diese Möglichkeit, dass man Text schnell durchlaufen lassen kann. Gucken wir, ob ich hier hinkriege. Ich glaube, da muss man X drücken. Nee. Oder ging das erst ab Chapter 2? Ah, jetzt. Ah, hier. Genau. Das meine ich, so können wir nämlich dann relativ schnell durch Chapter 1 durchwuseln. Äh, Chapter 2. Ja, kennen wir alles schon. Ja. 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 Okay. Aber das Lustige ist, dadurch, dass wir jetzt ja auch, äh, Chapter 2 schon kennen, weiß man ein bisschen mehr von der ganzen Geschichte. Wie das alles so sich hier zuträgt. Achso, da kann ich ja gar nicht. Äh, wir defenden mit Wellzy. Okay. Kennen wir alles. Okay. Das war ja kein sonderlich schwieriger, ja. Kein sonderlich schwieriger Kampf, wollte ich gerade sagen. Ähm. Dual Heal gibt es auch jetzt wieder. Jetzt habe ich nur noch den normalen Torc, okay. Ja, wir machen mal die TP komplett hoch. Ups. Können gleich mal ein Dual Heal machen, glaube ich. Ah, wobei. Eigentlich brauchen wir es noch nicht. So. Cowage. Wobei, wait, wir haben gar keine... Ist es dann eh nur so ein Durchhalte-Ding noch? Aber wir machen nur Defense-Boost, ist ja wurscht. Sie hat ja... Ne, sie hat ja nur den Angriff hier. Will ich nicht. Sonst sparen wir halt mal eine Runde. Ach, das ist nur für diese Runde, okay. Ja, gut. So. Easy. Aber ich kann praktisch dann nichts... Ja, gut. Ich kann dann praktisch nichts anderes machen. Dann ist es auch egal. Dann ist es nur noch durch halt. Nein, ich will nicht angreifen. Gehe zurück. Aber so bringt es, glaube ich, auch nichts, ne? Ich meine, jetzt habe ich alles voll. Ich glaube, man muss einfach die Runden halt durchhalten. Viel mehr war das nicht. Viel mehr war das nicht. So. Ich habe ja kein Act mehr. Da kommt dann heilen mal alle. Sieht auch nicht schlecht aus. Hättet ihr denn hier Erinnerung, dass der Kampf so lange war? Aber was soll's? Na, wer für... So, ja. Weiter. Weiß nicht, ob ich irgendwie beschleunigen kann. Oder ob ich einfach nur wirklich die ganze Zeit die Runden aushalten muss. Aber es werden ja immer wieder neue Phasen. Also man merkt es ja. Er macht ja immer wieder was Neues. Jetzt sind die Dinger zum Beispiel enger zusammen. Und so weiter. Enough talk. Jawohl. So sehe ich das auch. Ja, das ist halt alles neu, ne? Seht ihr jetzt nicht mehr selber. Also, es geht schon die ganze Zeit weiter. Man braucht halt nur drei Jahre dafür. Da muss ich sagen, verglichen jetzt damit ist der Endkampf in Chapter 2 schon deutlich besser geworden. Muss man einfach mal unironisch so sagen. Aber überhaupt ist das auch mit dem Spare-Balken und so weiter, das ist schon deutlich besser geworden. Ne, will ich nicht. Weg. Zurück. Es bringt alles noch nichts. Aber es ist egal, wir können es mal einsetzen. Nein. Nein. Gott, wie lang ging das? Danke. So. So. Das war ja dann die interessante Offenbarung nach. Also, während Chapter 1 noch hier zum Schluss. Aber ja. So. Die Frage ist jetzt nur, muss ich nochmal mit allen quatschen am Schluss? Weil das hat das Spiel jetzt ja auch noch nicht registriert. Ich fürchte ja. Geil, weil hier gab es keinen Savepoint mehr, ne? Oder gab es den Savepoint? Ich quatsch einfach kurz mit allen. Ist ja wurscht. Haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht, aber was soll's. Ich kann da nicht mehr, gar nicht mehr, ich kann glaube ich gar nicht mehr safen, ne? Hier unten wäre jetzt der Savepoint. Ja, scheiße. Und hier komme ich nicht mehr durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das damals gelesen haben. So. Nein, Mann! Okay. Gut, dann haben wir alle. Wiedersehen. Ich will ja mich vor allem in der Stadt umgucken. Ich will mich ja vor allem in der Stadt umgucken. Weil da haben wir nämlich mit Sicherheit nicht alles gesehen. Genau. Da sieht man dann, äh, well, sie zum ersten Mal. Richtig. Ich habe übrigens eine Vermutung, nachdem ja die Darkness, die hier unten sind, und die eigentlich nicht in einer anderen Dark World überleben können, was wir gesehen haben. Lancer zum Beispiel ist ja zu Stein geworden in Chapter 2. Ähm, Well, sie wird nicht zu Stein. Und wir Lightners, wir werden ja auch nicht zu Stein, wenn wir zwischen den Welten reisen. Also könnte doch Well, sie auch ein Lightners sein. Und zwar von der Oberwelt. Und theoretisch könnte es doch unser Bruder sein. Ich meine, Asriel, Well, sie passt ja, es ist ja diese, äh, ist ja diese, diese Verknüpfung. Aber ob oder ob nicht, keine Ahnung. Aber es würde halt passen. Es würde halt passen. Ja, ich kann leider die Sequenz nicht vorschulen. Das ist das Problem. Die würde ich auch gerne skippen können. Weil ich kenne sie halt. Da wäre es schön, so eine Option zu haben. Aber naja, was ist das? Und vor allem unser Herz besiegelt jetzt ja hier die Fontäne. Und genau das reißen wir uns ja am Ende von Chapter 1 raus. Und danach ist dann im Computerraum die Fontäne. Also es, es deutet schon alles darauf hin, dass Chris der Knight ist. Und wir sind jetzt hier. Das war das Spielzimmer. Oder Klassenzimmer halt. So, lass mich mal kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. 20 Minuten, okay, okay. Wenn wir denn eine Stunde Stadterkundung machen, sollte das passen, ne? Jo, mach's gut. So. Ist wie viel leid, dass ich ab und zu mal gähnen muss. Das ist keine Absicht. Okay, hier kann ich nichts an... Achso, doch. Aber ich glaube, das habe ich damals auch schon gelesen, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt nichts großartig uns nochmal umgucken. Ach, jetzt geht's hier weiter. Ja, wir gehen dahin zurück. Und noch mehr, wie wir gesehen haben, in Chapter 2. Habe ich mich hier damals gründlich umgeguckt? Ich glaube und hoffe, ja. Ich glaube aber auch, hier können wir jetzt nichts irgendwie Neues machen oder so. Ich würde dich automatisch mal mal in der Stadt Huffington. Ja gut, passt schon. Passt schon. Ich würde lieber noch so, wie das so sagen, wie das Krankenhaus und diese Geschichten. Ja, hier ist auch nicht. nichts mehr. Ja, Mama. Ich komme ja. Ja. Ciao. So. Okay, also. Wir können gleich mal in den Computerraum gucken. Wir wissen jetzt ja, dass es hier nachher weitergeht. Ob man da schon irgendwelche Indizien dafür... Ja, Birdie. Servus. Chris, you survived Susie. I was getting worried. Now you can finally pay off your family debt. How to tour dragons is... 2015... Dollars 23. Considered, Chris. Wir werden uns in Chapter 2 wiedersehen, Birdly. Und dann werde ich hier wieder eine verpassen. Chris, what's up? Cat is working, so I'm starting on our project. I've already copied a bunch of pictures. It's the same picture of a soccer ball 73 times. Ja, super. Demi, better go to collect so temps to be hard. She's reading a comic full of hot demon guys. Ah, hier wieder die... Die... Fan... Fan... Wie sagt man? Ach, wie sagt man? Fanservice-Animes. I love reading books. I speak to books upstairs. You should really read them. Ah, okay. Er steht wieder im Weg. Das ist jetzt natürlich lustig, weil in Chapter 2 immer noch im Weg steht. Nur auf andere Art und Weise. Computer Lab. Der seems to be a dog inside working at a computer. Seems like it's making a game. Seems like you shouldn't interrupt it. Seems like when the game is finished, you can go in. You just have to trust the dog. Okay, alles klar. So. Dann haben wir hier unten diese mysteriöse Höhle. Ah, oh moin. Ich muss jetzt mal hier runterlaufen. Dann haben wir unten diese mysteriöse Höhle. Und der man auch noch nix genaueres weiß. It's locked. Aber diesmal stehen auch hier keine Leute rum. Es ist einfach zu. Okay. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. So, was ist hier? Chris, what a pleasant surprise to see you here and on a school day. There must be a reason that you came here at such a time. I, Father Alwyn, implore you, if you have anything weighing on your mind, please speak. We choose nothing. Okay, food choose. Chris, if you want some of our sick food choose, you should come to our service. Our cross sounds a bit thinner, since your brother went away. Ja, weil Welsi ist ja quatsch, Welsi. Asriel ist ja weg. Also, es würde halt irgendwo passen, dass Asriel als Welsi in der Welt unten gelandet ist und deswegen kann er auch zwischen den Welten switchen, weil er selber eigentlich ein Leitner ist. Das würde passen. Chris, it would be wonderful if you would sing with us or even participated to any extent instead of just trying to drink the food juice. Alles klar. So, hier ist der Friedhof. Ist da auch schon dieser Typ mit dem... Ne, da ist noch niemand. Okay. interessant, weil in Chapter 2 ist dann da ja einer. Okay. Da ist das Bürgermeister-Ding. Ich glaube, das werden wir immer noch nichts Neues erfahren. Das ist Zero. No, es ist negative, aber sie arbeitet und hat eine gute Anerkrecher-Rekord, so sie rutsch an our post. Das ist Politik's Rally. ist im chapter 2 auch er sie okay alles klar mache ich die bürgermeisterin werden wir noch nicht kennenlernen und das macht natürlich alles verdächtig hey punk get out of the boat you're blocking traffic oh wait it's just ask us kid sorry I'm a little worked up lately this job is so boring nothing ever happens in this town I just wish something would shake things up you put something to report dark world Jakob what there's a dark world inside the school sure kid there's no law against dark worlds anyway that's a job for the school board okay and we're not with other sachen reden I guess it should turn away that's something to report help you oh you want to help me sure punk get someone to up the bank so I can suplex them wait do we even have a bank hey get someone to build a bank okay Alphys Alphys who's Alphys no idea who you're talking about why did they do something illegal but sure if I see Alphys I'll tackle them they're as good as that a perfect how I am supposed to get past this blue lady I'm stuck I guess I should just run away police chief undine is supposed to be directing graphic but all she's doing is standing in the middle of the street yelling get out of my way she's the best I feel really directed 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 natürlich so ich komme nicht weiter komme ich da rein dann kommen wir da erst in chapter 2 rein auch interessant okay alles klar police aren't feeling it right now ja dann nicht kommen wir ins haus bitte ja können wir jetzt vielleicht schon den vater von der dings besuchen oh it's you I hit to play the piano again the patients can't hear it well from here but I personally enjoy it ja dann machen wir das doch obligatory hospital piano as we said it's missing most of the good keys play it and let's go wow okay this castle's wide wizard's relegated me to the ceiling chamber but my blood is boiling for battle ja vielleicht nicht so gute idee oh mein das haben wir damals einfach verpasst oh damn dass ich meine jetzt haben wir dann erst in chapter 2 den besuch gemacht und macht den nächsten chapter 1 nachträglich aber hey aha dad I can't just say that to her oh es geht bestimmt um Susi oh my god I would die I would literally die Noel sweetheart first time I laid eyes on your mother I walked right up and told her she was a hot piece of work really yeah she slapped me so hard I blacked out haha dad that doesn't help it all anyhow house dragon blazers das spiel we did yet nah I'm still at the ice palace I've been kind of kind of waiting to finish it with you dad Noel maybe maybe you shouldn't wait dad you should bring it here I'm broad as hell und das macht in chapter 2 oh mein god haha fine you win I bring it next time oh it's getting late guess I better go I've got homework oh that's the group project voice bird guy again what's his name nerdly it's um birdly he's not that bad dad I kick his ass haha dad you're not even supposed to get up bring him by the window I'll throw something at him yeah bin ich auch da absolut dafür perfekt machen wir goodbye dad bye honey oh hi Chris oh okay ciao boin well jingle my gosh them bells looks like Christmas come early all right Chris just give me the straight shot why you here did your mom make you come here yes haha that's what I thought she's a peach huh fuzzy and sweet on the outside a total nut on the inside lol okay you dad yeah here's a real food himself to which one I don't know probably a hairy one like kiwi haha okay okay seriously you want to chat or something oh my goodness wir können mehr über ihn erfahren was wir in chapter 2 nicht konnten weil wir das noch weil wir das eigentlich hier machen ja moin well she's a sweetheart isn't she Chris smart kind sweet couldn't ask for a better daughter I just wish she wasn't so defenseless scary movies bugs santa claus everything scares her and when it happens she freezes like a deer in headlights remember she used to even be afraid of humans under the bed das ich muss es kurz sagen das lustige ist ja chapter 1 wissen wir ja noch nicht dass noelle einer der main charaktere des nächsten parts ist also das hätte für uns noch deutlich weniger bedeutung gehabt wenn wir das damals gefunden hätten als jetzt wo wir in chapter 2 drin waren ich finde das schon echt interessant remember she used to even be afraid of humans under the bed Chris it was not nice of you to hide under there by the way anyhow that's what's right what's tough about being in here Chris not what's going on with me just that in the meantime I can't be there to protect her keep an eye out for her okay yeah machen wir machen wir yes let's chat about your illness what has to then why am i in here well they found some crap so it's just some tests yeah it's no big deal nothing a holiday can't handle I'll be out of here in a gif then I can go back to I don't know yelling at you for getting tangled in our light display okay as every nixar was I had a family Chris even if we've grown apart we still love your family after all me and ask our colleague pals college pals right oh hey now that asriel is off to college yeah you think he's doing any crazy parties like me and your dad I'm just pulling your leg your dad was no party animal your mother on the other hand whoo she'd always fuss about going but once the party started yikes man once she hit me clear across the room with a key lime pie I got smashed into the smack table and toppled everything tasty pie though couldn't complain okay and this is fun on some father bunch of was in a glass container hey I'm happy your dad brought me flowers but roses what is this man beauty and the beast that ain't gonna work man we're both beasts okay ja super cool dass wir das noch gesehen haben jetzt also deswegen haben dass ich da alles verpasst habe ärgert mich schon wieder das hätte ich echt in chapter 1 noch wir gleich anschauen sollen so wir fangen ganz links an oh gott haben uns actually hier eises pizza your number one spot for piping hot piece of pizza hey hey wait a second I recognize you oh lol little buddy it's me wanna chat for a minute before I lose my mind asriel do you know when as is coming home you can't tell him this but I really miss the guy it would be sweet to cruise around town like old times picking up for example chicks which as a matter of course may not have ever actually happened but one time undine made eye contact with me while she was waiting we're speeding ticket and she's the gansettin der wechselt beim gesicht die ganze zeit ihr müsst mal darauf achten spurt mal zurück und achtet mal drauf es ja das war's okay co-workers ah yes little buddy good idea meet the rox gallery blue ears soft serve obsessed and no concept of personal space keeps it accident oh my god it is too spät keeps accidentally pubing slushes on me and giggling the warrior thankfully absent due to pizza related injuries constantly terrorizing customers with war chants purple guy man that guy you gotta actually does what does that guy even work here ah my co-workers where would i be without them happy place little buddy a much happier place okay job make no mistake little buddy ices pizza is hell i can slack off for seconds without hearing i be a team player there's no eye in petza yes there is you just took it out but it's okay little buddy i've been saving up to go to college where as he is then i get a theater degree become a famous actor and let the fangirls roll in little buddy okay would you be interested in trying some of our many 70 of 24 70 what 24 pizza flavors we've got normal cheese ice gravy double ice pepperonis and more stop on down at ices pizza okay lass mal reingehen okay wir gehen wohl nicht rein we have boss dinner er oder deine oder okay das sind das sind auch wieder dicke also okay das sind ja ne so for you two girls that'll be crabs a cinnamon latte latte two bunny per face and a piece of firewood ich muss mal ganz kurz was trinken einen moment bitte ich habe nicht gedacht dass ich schon wieder so viel text ich meine eigentlich hätte ich es mir denken müssen weil ich habe gesagt ich mache ich hol die stadt nach aber so okay ja ich habe gesagt ich hole die stadt nach jetzt hole ich die stadt nach und wundere mich dass ich text habe two bunny parfaits and a piece of firewood i like the vibe of the waitresses here maybe i should sign up too nah serving drinks wouldn't really sweet a fire elemental if i got nervous i just melt all the ice ah das war schon nicht schlecht ice wolf does not like ice in drink ice wolf likes ice to be drink looking at my rocked body you must wonder what kind of secrets i hold my secret is i put all my leftover pancakes in this giant hat hey there i haven't seen you in a while huh i remember back on sundays after service you and your family would come in and order specials of course things happened and then you all stopped coming together but every sunday you and your brother still come in he'd order you a hot chocolate and you two sit down at the table in the second in the corner drawing shapes in the window with your breath you must really miss him huh here how about this you got the hot chocolate and the house huh okay habe ich mir jetzt eigentlich hier stimmt ich habe ja dieses menü top mit marcia guck mal das haben wir damals auch nicht mitgenommen aber es ist so kritisch na das haben wir alles nicht mitgenommen damals da ist not too important not too unimportant ich habe das hier jetzt auch im menü drin alles klar oh we'll take the special and do you have any edible glitter the youngest one won't eat anything if it doesn't look like treasure und diesmal sitzen die eltern von ihr jetzt nicht da und feiern sie an die ist noch alleine you are live nice i'm working okay dann work mal so sense hey look who's walking around how are your kids great to see you again yeah it's real nice isn't it especially considering i've never met you before ach so okay ach so okay ja man ich dachte wir sind bekannt in der stadt also einfach als ach dann halt nicht name is sense sense the skeleton i'm new inter ach so er ist gerade hergezogen ja okay what up store behind me yeah that's the grocery store unfortunately it's closed aber in chapter 2 is offen what a pain i really wanted to buy some milk ach so moment hä ist das ist das science someone ought to complain to the guy who wants it what up friends we just moved here so i hardly know anyone why got anyone i should know better my mom your mother huh too late i already befriended your mom last night oh my god stick like sense she's great came to the store to buy chocolate kisses that she's got a lock door to stop you from meeting them you sound like a fun kid huh what up friends my teacher alphys yeah i know about her came into the store with a suitcase and sunglasses i thought she was part of the mob she opened the case and stuffed it full of crinsted noodles paid in the small bills then slung out of the place pajamas trailing on the floor anyway our relationship is a purely business so i guess i'll just let her do her thing okay okay dann me und damit müsste ich dann die nummer bekommen ne wow da tiger you can't just jump straight into friendship it takes time alright that's enough time take this hold it whenever you feel like you got the 1's number und das hatten wir alles nicht als wir chapter 2 gestartet haben auf der switch come on dude hätte ich den vielleicht sogar anrufen können dann aus der dark world hello you have reached the hotline for edit ba- der hat mir ne falsche nummer gegeben please press one for idiots two for babies three for idiot babies and four for none yo are you an idiot to tell you the truth i'm two let's try our best okay well what i don't hang out with idiot babies they compete with my social sociological yeah yeah okay this is funny oh hey but are you busy tomorrow i need some help with something it would be great if you could come over i live just next door you know yes wow you were deliberating for a while gee what's wrong don't want to hang out with a stranger well i guess i shouldn't complain what are we going to be doing oh i'm not going to be there that would be weird it's just gonna be you and my little brother needs friends thanks for hanging out with him okay haben wir jetzt für chapter 2 eine option freigeschaltet die wir vorher nicht machen konnten das heißt wir müssen auf jeden fall nach chapter 2 die stadt wieder durchsuchen eieieiei knock 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 no response but the distant trousel of bones alles klar das war alles zu nah i know that i don't know my moment i don't know that i don't know no okay no knock sounds like the knock off a big comeback when you've got better knocking yo chris you survived susie i mean i never saw her beat anyone up but i be careful like one time me snowy and joggington were playing handball and she just kept creepily watching us from the corner then when the ball rolled over to her she just threw a solid and kicked the ball as hard as she could right into officer undyne's car and then undyne and andyne and andyne and andyne 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 came out oh my goodness then undyne came out smiling cracked her knuckles and totally whipped us at handball anyway susie sucks chris haha okay tut sie nicht aber ist okay knock 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 oh snowy what did i tell you about knocking the door so hard don't do it it's really gonna hurt your face we don't have arms you know oh okay oh you're lucky chris you got to miss class with alphys it's not fair hahaha if i skip class my dad would never let me hear the end of it hahaha that's actually not even remotely funny ja ich wollte kurz sagen hey okay so wer war hier eigentlich da war doch irgend so eine gasse alphys ist jetzt hier okay oh chris okay i was really worried when you didn't come back where did you go did you skip class well don't worry about it i'm the cool teacher you know you're not in trouble well let me know if you need anything it's a sauce of milk what macht sie hier oh chris did you want to talk about something oh sheesh flowers let's go oh these flowers there from your dad he always asks how you're doing in school then gives me a bouquet of them actually that he gives me flowers really makes me wonder if he if he likes if he likes the awesome comics i learned to him honestly he kind of reminds me of a superhero chris he's huge and could kick my ass yeah that's kind of content score that is true chock chris even though you never got the chock you deserve an award for trying so hard to find it so in return i can let you borrow um my homemade dvd collection of the symptoms you know the sitcom about the middle class monster family it's not every it's got every episode in all 28 seasons it's the funniest most quotable show ever but make sure you don't watch past ah das ist wieder ja ich wollte sagen ich drücke nichts das ist gerade wieder dieser elfes talk den man nicht lesen können soll weil es zu schnell geht weil sie jetzt am wasserfall reden ist you don't want to watch it that's okay quiz ach alphes never change aber nervt nicht hat sie jetzt auch noch ein bildungen dass es ihre charaktere wirklich gibt jetzt wird es aber langsam ein bisschen too much elphes what does she look like oh i've never actually seen her oh mein gott helfe es bitte was wir alles in chapter 1 verpasst haben ey das ist ja unfassbar ich bin gerade so froh dass ich das mache auch wenn es jetzt nicht die beste zeit ist weil ich ständig gähnen muss aber wir kommen mit der stunde hin wir kommen mit der stunde hin alles gut ever since i started putting out milk it's been disappearing so i'd like to figure that the cat entschuldigung my cat okay alphes du bist schon so diese andere lehrerin und da drüben waren wir auch jetzt geht es noch hoch zu daddy daddy hat hier drüben seinen shop da nämlich wir gehen aber erstmal ganz hier rüber weil da war auch was damals damals ist gut halt in chapter 2 also in der zukunft nothing better than hanging at the lake with my best bro watching the waves go by okay genau hier nämlich hier war irgendwann ja aber okay da irgendwas habe ich dann chapter 2 gelesen aber jetzt weiß ich nicht mehr wait what okay uh hi hey there i noticed you were here it's me you know me right of course you do i'm really popular i just don't have any friends but it's okay you're here because you're here will you be my friend yes of course oh oh i'm so happy you're here i'm so happy i i don't know what to do i don't remember being this happy before what's your name friend chris we saw hippopotamus chris that's you that's a really nice name for a friend oh excuse me i forgot to introduce myself actually since no one talks to me i forgot my own name chris can you give me a name onion is here number two okay it's perfect you're here i don't know what it means but it's perfect feels like it's shaped like me feels like it's likes this man's like me wait what was the name uh um yum yeah it's perfect um yum that's my name thank you for giving me a name i'll cherish it you're here good christmas that's your name right i want to tell you something tomorrow something i can only tell a friend come back soon you're here ja und das war dann der hinweis in chapter 2 wenn man hier am chapter 1 gestanden hätte wäre eben das passiert jo wenn man das nicht macht ist das setzt sich ja alles fort und dann heißt es ja man kann chapter 2 spielen ohne dass es eigentlich probleme wegen chapter 1 gibt wenn man es nicht hat ja moin die die hälfte fehlt the dead's truck the floor of the front seat is littered with old papers and country cds ist jetzt diesmal da eigentlich oha er ist da daddy dom dom oh is someone there just a moment i have almost finished watering these flowers here we are howdy how can i oh chris oh my god be cute oh i'm sorry i forgot if you don't like hugs like that don't we mögen hugs like that well now make yourself at home chris you can help yourself to anything you like wir waren hier noch nie drin zum kind of catalogue der sekame ist in andernie wir können über den typ reden im krankenhaus den faller von der noel sieben sieben solche blumen hier ist jetzt nur wenn es wichtig ist ich überfliegt kurz oha äh oh see photos photo of your mother and father on their wedding wedding day she's holding a bouquet of seven seven flowers a reindeer looking monster stands nearby in a tuxedo they all look happy all that's inside is a jar with a single pickle in it you put the egg you were carrying inside two hey wait have i this there are two eggs inside the fridge ich habe das gäste egg jetzt da rein gelegt okay dann ist es scheinbar der ort wurde es hin soll weil sonst hätte das spiel das ja nicht gemacht noch hoffe ich mal interesting the purple flower protect in the container blue flower in the container cian flower okay ich wollte sagen yellow aber golden jetzt yellow lau orange und green okay andere side ist der gleiche raum oder wie dann steht einfach da an der ecke okay so was los sehr kurz i was thinking perhaps when as real comes home we could all go to the diner just like old times my tweet doesn't that sound yummy jazubi kann ich mir mit dir reden then we could all have a nice time for one town i might need to clean out my truck but okay okay ja gut ja ich wollte schon sagen das war ganz schön wenig ok ist bevor you go nochmal umarmung for your mother our secret the book here yo have a great day chris das haben wir alles da was die ich bekle Was ist das denn? Yo Chrissy like long time no see What's up? Do you want to talk about something? Oh, yeah neighbor Oh, the chick next door drives me nuts. I keep seeing her everywhere I go. She's a total copycat Like why though doesn't she realize you'll never be me? Honestly, her whole family is like so trashy once her sister served me a coffee and I swear it was half cat fur Like get a hairnet girl for like your whole body Okay Remember the time you want to hang out with us big kids? I Was like yeah course just get us some burgers then like amazingly you actually got them So I told you to go back and get some french fries too Then a dozen miniature cakes They were so good. I ate little like six Then I like suddenly got so sick. I had to go home Karma Man, so like anyway Chris. Are you busy? Oh, that's no way to talk to your almost sister-in-law Nah, I'm joking, but like Remember the time I played truth or dare with Essie I like made him give me his first kiss Oh, ha, okay Then your mom found out he kissed someone and like I think she basically died 11 11 I swear your family went to church like every single day that week Es will es will es will You must sagen So, wenn haben wir denn ach das ist in die eltern von von catty a neighbor 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 baby Alles klar When's your brother dog gonna come by her Duck My girls Love to see him. He's a sweet little man He's just got one problem. He doesn't like my wife's cooking What's wrong Douglas? You don't like frozen cat food? What the hell Little Chrissy Da würde ich ja sofort gehen, Alter Da würde ich ja wenn die mich so Dann lieber christmas ganz ehrlich Like what's up give aunt katty a hug I'm not even actually you aunt forgot Sagen, oh my god, can I talk to you about something Actually like anything though your choice Okay, fangen wir bei es real an Oh, my god as real like what a cutie pie Do you remember when we and him met That was like the best night ever Even though I spilled the entire bunch punch Ich kann nicht mehr alter nach dem part muss wieder aufhören ich wollte eigentlich ein bisschen mehr aufnehmen, aber es wird nix And danced in a properly in front of your mom And got arrested in the parking lot from making a scene Haha, that was so much fun telling my side hi What the heck Oh, how's katty doing? Ach, das ist ihre schwester, okay I have no idea. Well, we like totally can't connect at all Yesterday I asked if she wanted to hear me play the ukulele She said no and then she like told me My playing is an anti-blessing from planet hell What the heck Chrissy, that's so cute. I love my freaked up little sis Oh god Like that green girl next door. Oh my god Chrissy. She's like my life villain Like the other day. I went to see cat petters, too And the only other person the theater was her when I went to QC's and order the cat cat pochino And she like was a Adversing chapter 2 nicht auch dass die die ganze zeit like 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 gesagt haben alter die regen mich auf And she like was already drinking one She's such a copycat. Oh copy gator Copy sours, copy dial. I don't know. She sucks This art to reden suck Noelle Oh, hi chris Do you need help with your homework again? I know you were having trouble last time so um Actually got a few things ready for you in case. Oh, wait. Sorry. I can't right now. I forgot my house key again, and Sorry chris. I'll help you later if that's okay. See you at school chris Um chris Um chris Did you want to talk about something? Oh, ja, absolut Dann geht es hier nach links zu noels house, und wir können da noch gar nicht hin dass nämlich immer abgesperrt Das ist interessant Susie, that's right. You were with susie When you didn't come back to class. I was worried, but everything turned out. Okay. I think Um chris, can I ask something if that's okay? Susie, I'm kind of curious what she's like, you know I mean who doesn't wonder about her she never talks to anyone So chris could you tell me about her if that's okay? Ach du schach She's nice What she's a nice person really like really honestly truly I mean that's just what I was hoping but Wait, this isn't another trick is it chris? Like when you put ketchup on your arms and told me it was blo- oh my god Really you're serious you're totally serious Gosh, then maybe I should try talking to her But if I die you're paying for my funeral chris Though honestly if she's nice I might die too Hi chris something up Susie Well, did it seem like she um wait you definitely would know that Okay, alles klar Anything Um chris are you feeling all right normally you're not so talkative Oh, I don't mean to sound like something's wrong with you Um chris is something wrong? Why did you go to the hospital to see my dad? Das ist eine sehr gute Frage Warum gehen wir da einfach rein? Warum auch in chapter 2 I mean I'm sure he appreciated it but um gosh I'm sorry chris forget I said anything Hey chris Key Why don't I ask my mom for the key I mean I mean I know she doesn't like it when I bother her when she's working Don't worry okay I'll just go over to catty's Ah, Mick, also Wir kennen die Mutter auch noch nicht und was man bisher von ihr hört gefällt mir nicht Ja, mehr gibt's leider nicht, okay Gut, aber jetzt geht's nach Hause Hier ist nix mehr, ne? Und die Reifen zerstechen wir erst in Part 2 Ei, ei, ei Welcome home honey Did you have fun with your friend today? By the way I just finished baking a pie If you go to bed it will be cool when you wake But do not eat it all this time All right Kann ich die Blumen geben? Chris, what is it honey? Yes Asked my meme Chris honey you have grown up so much Someday soon you will be going off to university as well Remember when you were little? You asked when your horns were going to grow in? So we bought that headband with the little red horns on it Oh you wore it for months whatever happened to it Oh okay Ezreal Remember that video game you and Ezreal used to play? What was it called? Super smashing fighters When he was very little he laughed the green lizard from dad We even had a birthday party for him themed around it Oh the green lizard come Your father painted all these eggs with spots as decoration Oh your brother loved it Until the next day your father cooked them all for breakfast Your brother just kept crying oh nein Ever since he's hated that book about eating green eggs oh nein Okay flowers Oh Chris flowers for your mother how sweet These are from him are they not Oh well were we not Chris i will Find some place for them Oh Oh pie Chris since only you and i are living here right now It feels just a bit lonely does it not But fortunately sharing a warm fresh madly pie is the perfect cure for such a condition As long as i get to eat some of course Okay Okay We have to shoot To bed early tonight You do Oh God Das trifft gerade anders You do not look quite yourself Ich kann die gar nicht mitnehmen Aber das haben wir dann damals sicherlich auch schon gelesen Jetzt können wir die Toilette dreimal millionen mal flaschen flaschen Chris is everything all right in there okay There is a can of ice is cool boys buddy spray spray for the boys flaming hot pizza flavor It seems to be almost entirely full Ja hier geht es erst in chapter 2 ab also ab nach oben Upsi Upsi daisy so hier ist zunah das ist es wie als raum Okay Let's go to sleep This chapter of your adventures will end Yes Und jetzt macht das hier so viel mehr Sinn Weil jetzt geht er los Und öffnet Und öffnet einfach im Computerraum die Fontäne Holy shit Das war ja damals nicht klar Yo Delta Wund ist Oh mein Gott Das wird noch echt interessant Okay und Puh Wir sehen nicht was er tut, aber wir wissen es Magal wir sind nicht was er tut aber wir wissen es wir sind nicht was er tut, aber wir wissen es wir sind nicht was er tut, aber wir wissen das wir sind mir fit, aber dem Video ist eine Farbe Bruder. Bruder. Fuck my life, ey. Okay. Echt das vorspulen? Nein. Oh, shit. Okay, müssen wir uns nochmal anhören. Ich meine... Ah, kann ich doch. Ne, kann ich nicht. Ah, okay. Ne, ich kann nichts drücken. Ist okay, wir hören uns nochmal an. I'm with you in the dark. Aber okay. Ich halte jetzt mal gar nicht so richtig auf den Text, aber das ja, to be continued. Wir wissen, wie es continued wird. Okay. Continue to chapter 2. Alles klar. Start chapter 2 vom chapter 1's file. Start chapter 2 vom chapter 1's file. Und das hier dürfte... Also das ist der, den ich gerade gespielt habe. Das ist der normale. Gut. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Dann nochmal. Chapter 2. Ein paar Sachen werden dann ja neu sein, weil wir ja jetzt unser altes Ding benutzen. Wir haben dann den Chevel's Tale dabei. Das dürfte Verteidigung schon mal an gewissen Stellen erhöhen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt tatsächlich. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie viel da dann jetzt nochmal anders ist. Danke fürs Zuschauen. Wir werden aber, wie gesagt, das meiste einfach im Schnelldurchlauf durchkriegen. Ich werde jetzt nicht, glaube ich, drei Parts, dann sind wir durch. Würde ich jetzt vermuten. Aber wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. bis zur нед Ist dasesen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.